Mein Part war eigentlich schon vor 45 Jahren. Ich brauche nicht mehr viel dazu beitragen, dass der Film funktioniert. Und ich habe auch die Medaille gefunden. Wo haben wir sie denn gesucht? Ich wollte irgendwo. Also es ist nicht so, dass ich sie nicht wertschätze, aber sie liegt halt irgendwo um. Und diese Medaille hat mein Leben so derartig verändert. Und es macht mich irrsinnig stolz, dass es jetzt nach so vielen Jahren ein Filmprojekt darüber geben soll. Das ist unglaublich. Also wie ich runtergefahren bin, war für mich einfach wichtig, dass ich das Rennen gewinne. Aber die Folgen, die es nach sich zieht, mit denen habe ich natürlich nicht gerechnet.